hallo und herzlich willkommen zu einem neuen pokemon go video wie ihr sehen könnt bin ich nicht alleine. hallo ich bin auch mal wieder da. edi ist wieder mit dabei. wurde ja schon oft gefordert in den kommentaren dass du mal wieder mit dabei bist. dass ich wieder dabei bin. jetzt bin ich auch mal wieder da. wir machen heute mehrere sachen. wir werden einmal hier so eine runde im ostpark drehen. da war ich ja schon vor zwei wochen mal. mit dem fahrradunfall. das habe ich dann auch gesehen. heute zu fuß. und vor allem wollen wir dieser samen fangen. das sieht man schon. du kannst ja mal zeigen. sieht man schon bei dir auf dem radar direkt. bei mir ist es noch schwarz. ich habe noch keins. das wird sich heute ändern. ich habe ja letztes Mal gesagt. wenn man fängt hier locker. müssen ein paar runden gehen. locker 10 15. in kürzester zeit ist der hamme. aber bevor wir das machen. bevor wir das machen habe ich hier auch ein paar eier schon vorbereitet. das kann ich jetzt gar nicht mehr zeigen. weil die animation schon angefangen hat. wenn ich jetzt klicke geht das jetzt sofort los. ich kann jetzt die übersicht nicht mehr ganz zeigen. ich habe fünf kilometer eier und zehn kilometer eier. das ist aber. das zehn kilometer dauert noch ein bisschen. aber wir können jetzt mal die fünfe aufmachen. wenn wir die runde gehen. kommt das zehn auch noch. schauen wir mal was da cooles rauskommt. genau. dann fangen wir mit den fünfer an. es sind da wirklich gar nicht wenige. es sind irgendwie acht stück oder so. oder sieben. ich finde das viel unternehmens. so viele. unglaublich. ich wollte sagen. man müsste raten was das erste vielleicht ist. von fünf kilometer eier oder was. ich möchte einen tipp abgeben. was mit dabei sein wird. ein tipp. bonita. okay. guck mal. mal schauen. das erste. bin gespannt. ein quapse. ein quapse. das hätte ich auch sagen können. das stimmt. hier findet man in münchen hier so viel. weil also am wasser von der isa lang. und an den säen. noch gezeigt. die jess ist auch mit dabei. die ruht sich gerade aus. hallo. ja jetzt kommt sie einmal her. da kommt sie dann. genau. also quapse haben. das muss ich jetzt auch nicht unbedingt benennen. da habe ich noch so viele von. das merke ich mir einfach. sonst nenne ich die ja oft noch. anders. quapselei. genau. quapselei eins, zwei, drei. das mache ich nicht mal. das nächste. guck mal ob dein bonita dabei ist. was du geschätzt hast. mal gucken. cool. das ist richtig cool. da habe ich erst eins von. da guckst du wieder böse. ich habe gar keinen. da guckst du wieder böse. manno. was für'n scheiß. genau. wir haben ja einmal bei mir als wir. mal die animation. das ist geil. wie es sich so umklappt. super oder. das ist super. das ist super. das ist super. das finde ich gut. genau. wir haben einmal ein Porygon gesehen als wir im park spazieren waren. ja das hätte man gesucht. also wir haben es auf dem Radarmes gesehen. aber dann haben es nicht gefunden. ich glaube ich war sehr knapp dran. aber. also eins hatte ich ja auch schon. aber nicht bekommen. darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Porygon ist super. da hätte ich gar nicht gedacht. dass sowas. doch das ist ein 5er. das stimmt. das Pantimos ist doch auch ein 5er. Pantimos ist auch ein 5er. ich hatte immer nur Pech. echt? ich habe noch gar keins von denen. ein Rettan. ein Rettan. auch cool. habe ich noch nicht so wahnsinnig viele von. finde ich gut. ich mag ja meinen Arbok sehr gerne. Arbok ist eh cool. das ist toll. so ein bisschen aufpassen wie ich es noch darf. ja. dass die nicht vom fahrrad hier. dass die dann nicht unter das fahrrad kommen. nicht zwei hunde haben. ja. so. ja. oh. komm 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 komm. ein goldini. ja. auch schon so viele von. ich finde das besser als wie. was war bei mir. ein hornliu oder so. ne. das war ein zweier. das kann nicht sein. ja. aus dem zweier war das hornliu. ja. ja. ich habe ja nicht so viele inkubatoren wie du. und dann gehst du da. und. ja. und dann kommt ein hornliu raus. und dann denkst du dir schon. ey. das ist nur eine verarschung. aber stimmt schon. hornliu finde man so viel. das ist immer ein bisschen blöd. da wäre mir das Raubi lieber gewesen. das finde ich nicht so oft. echt? Raubi finde ich viel häufiger als hornliu. stern du. stern du. ach. also wirklich. das ist auch immer so ein bisschen die ganze master pokémon. das hat so wirklich. quapsel. äh stern du. ähm. ähm. was hatten wir eben noch. goldini. cappador. sowas von. total häufig in münchen. grad an der isa und so. deswegen ist alles so. ja. schon mit blättern beworfen. der herbst fängt halt an. der herbst ist da. september. weiter geht's. was cool ist. 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 also ich hab vielleicht. ein Voltoball. das ist cool. den hab ich glaube ich erst zweimal. das ist super. das ist super. wo kann überhaupt nicht stimmen. ich hab 20 Voltoball wo morgens. wie hab ich grad bekommen. ich hab's nicht richtig drauf geguckt. aber auf jeden Fall ist er trotzdem selten verhältnismäßig. ich finde den super. mit dem hab ich letztes mal ja einen Arenakampf gemacht. das ist so cool. der macht das. die geile animation. der kämpft. das ist ganz cool. der guckt immer so. wenn man ihn antippt. ja. ich könnte sogar die entwicklung zum elektroball schon machen. sehr cool. aber auch nicht. noch ein o. noch ein o. vielleicht kommt doch mal mein poni da. was du angekündigt hast. das wäre schön. galopp halt ich auch ganz gern. von daher darf das gerne kommen. ja eben. noch ein stern. ich sag da nix du. ich mein stern du. ich freu mich. ja so. oh. das war es schon. sieben stück. man sieht 3500 punkte. jetzt können wir mal kurz in die übersicht schauen. eier. hier sieht man es. ah das braucht schon noch 4 km knapp. dann habe ich noch ein 5 km ei. schau mal. das ist jetzt eh. dann kann ich das. meine prophezeiung ist nicht gekommen. ich bin halt doch kein Nostradamus. es tut mir leid. was ist da denn los. kann ich gleich den unendlichen inkubator. kann ich auf das 5 km ei. das ist das einzige was ich jetzt noch hab. danke. und hier sieht man. das ist wirklich nur eine auswahl. das sind die ganzen pisasamen. die ich hier. hier bekommen habe. also wie auf dem ei. pisasamen ei du. ja das ist total gut. weil es natürlich gute stats wieder hat. du gönst mir das immer. ähm. was wollte ich jetzt sagen. hab schon vergessen was ich sagen wollte. ist auch besser so. nein ist nicht besser so. doch. ach so. ganz oft ist es nämlich so. dass ich dann. dass du mich hier irgendwie so verarscht in den videos. dann tust du immer so natürlich. und ich merke das immer erst hinterher. weil ich hier in die kamera gucke. und auf mein handy. und du machst einfach hier faxen. oder verarscht mich. oder sagst das gönst mir. und guckst böse. und das merke ich immer erst hinterher. gar nicht. ja das hast du in diesem video auch. das hast du in diesem video bestimmt auch schon wieder gemacht. ja ich mag dich so gerne. ja ja. von daher. ja. wir gucken einfach mal was aus dem 10 km ei kommt. und wir werden jetzt. schön eine runde hier im ostpark machen. da muss man ein bisschen aufpassen. weil hier immer kinder sind. die schleichen sich immer beim hund an. ja. und dann. genau. wir machen jetzt eh unsere runde. gedacht in dem video gibt es dann noch das 10 km ei. und aus dem noch. ich habe noch andere sachen vorbereitet. so 10, 15, 20 oder so andere eier. die ich jetzt schon aufgenommen habe. ja. wir können nicht schon mal gehen. da kommt nämlich ein hund. genau. und diesen ganzen besuch im ostpark zeige ich in einem anderen video. alles klar. dunkel ist es. und hoffentlich sieht man nicht überhaupt noch. ich darf auch gar nicht so laut reden. ich stehe hier im hof. ja. du bist auch da. die sieht man auch ein bisschen. wir waren gerade im kino. es ist jetzt schon ganz schön spät. fast zwei. ja. diese laut reden. die die leute nicht wecken. aber wir hatten noch ein 10 km ei. was wir ausbrüten wollten. ja. und das ist jetzt bereits. eigentlich ist das schon ausgeschlüpft. es ist schon geschlüpft. wenn ich drauf gedrückt habe. ich wollte es wissen. ja. und habe vergessen. dass martin das hier immer aufnimmt. ja drückt doch. deswegen. ich zeige es noch nicht. vielleicht dass man es noch nicht sieht. dann machen wir ein bisschen die überraschung. eigentlich gibt es immer das o. deswegen gibt es jetzt keine animation. da sagen wir einfach o. o. was ist ein 10 km ei? ich weiß es nicht. was könnte richtig cool sein. ein relaxer. ein labras. oder. was könnte richtig blöd sein. chanera könnte auch sein. das drin ist. was könnte richtig blöd sein. was könnte richtig blöd sein. ich sag euch. guck mal rein. das könnte richtig blöd sein. das pinsel. das pinsel ist wieder gekommen. das pinsel ist wieder gekommen. weil ich das schon zwei milliarden mal habe. das habe ich doch beim letzten mal. als ich auch so viele eier auf einmal aufgemacht hatte. da hatte ich doch irgendwie. zwei. da hatte ich irgendwie ganz viele 10 km eier. da hatte ich irgendwie doch 15. ja genau. und zwei davon waren pinsel glaube ich. genau da hatte ich 15 km eier. da habe ich irgendwie. zwei pinsel. ein aerodatyl. ein magma. und noch irgendwas. war richtig cool. aber zweimal pinsel. da hast du ja das sichlor bekommen. das stimmt genau. das waren die fünf. das habe ich nochmal. noch ein pinsel. hier ist es nochmal. wir können uns mal angucken. wie viel WP. 1071. dieses satz kann ich mir nochmal angucken. ein bisschen enttäuschend. naja. für euch gibt es aber noch einige andere. eier die ich. während ich unterwegs war. ich war ja oft jetzt in münchen unterwegs. mit dem fahrrad oder so. und das habe ich nicht immer die kamera dabei gehabt. aber ich habe das immer aufgenommen. und da kann ich versprechen. da sind einige coole dabei. das war richtig gute sachen. man habe ich aus den fünf kilometer eiern bekommen. vor allem. richtig schöne sachen. das kannst du mir ja dann mal zeigen. genau. und da wir auch vorhin so rumgerätselt haben. welche sachen in den fünf und zehn kilometer eiern machen. ich mache jetzt gerade auch ein video. nochmal das relativ kurz natürlich. was nicht so schwierig ist. aber da habe ich nochmal genau aufgezeigt. welche eier. welche pokémon ausbrüten können. ach so. damit ich mir das hoffentlich endlich mal merke. und ihr es dann auch wisst. das hilft dann auch ganz gut. ansonsten. wir gehen jetzt. unser bett fertig machen. spät in der nacht. und ich träume von pins hier. und ihr könnt noch mehr von meinander eiern sehen. genau. du kannst ja auch von eiern. ich möchte. du bist ein spinner. also. bis dann. ciao. es scheint sich da ein muster heraus zu kristallisieren. immer wenn dieser blöde vergangenheits martin in meinen videos auftaucht. redet der nur scheiße. aber zum glück bin ich jetzt da. und wir können uns zusammen die restlichen eier anschauen. fangen wir mit diesen eiern an. die wir heute nachmittag beim gassigehen mit der jessa noch ausgebrütet waren. äh ausgebrütet haben. da war die edi noch da. und da sind ein paar richtig coole sachen rausgekommen. wie dieses dick da hier. dick da habe ich wirklich noch nicht häufig. ich glaube das ist erst mein drittes. alle aus dem ei. und deswegen freue ich mich da. vor allem weil ich dann endlich ein dickdry ausbrüten möchte. benenne ich natürlich. guck mal vergangenheits martin. ja benenne ich dann doch auch nach dem ei. dass es da raus geschlüpft ist. das mache ich nicht immer gerade bei so pokémon die nicht so häufig schlüpfen. oder die ich auch sonst nicht so häufig in der wildnis bekomme. wie eben dick da. da muss das nicht unbedingt sein. aber ist mal ganz hilfreich. und das coole ist hier. bei dem nächsten pokestop direkt nachdem ich das ei ausgebrütet habe. bekomme ich auch ein zehn kilometer ei. das heißt. das nächste egg opening ist schon mal gesichert. kriege ich wieder coole eier. und kann dann sehen. dass ich mal was besseres als ein pins hier aus dem zehn kilometer ei bekomme. vielleicht noch ein labrasen oder noch ein relaxo. das wäre doch was. es folgen jetzt noch einige egg openings sozusagen. einige eier die ich ausbrüte. die im vergleich zu den anderen die ich ja vorhin mit kamera aufgenommen habe. ist das bei denen jetzt nicht immer der fall. mancher bin ich mit dem fahrrad unterwegs. manchmal bin ich irgendwie auf dem weg zu den anderen game tube jungs. oder habe die kamera nicht dabei. oder der akku ist alle. es gibt immer wieder mal gründe. warum ich halt dann nur das handy aufnehme. weil wenn ich das ei dann ausbrüte. das handy dann das aufnahmeprogramm starten. geht immer relativ schnell. aber dann umschalten. oder zur kamera wechseln. wenn ich nicht dabei habe. halt nicht immer möglich. und da ist das nächste ei schon bereit. wieder ein o. so. und mal gucken was da drin ist. bei manchen weiß es jetzt auch nicht mehr im voraus. ich weiß dass noch ein paar richtig coole sachen kommen. aber die einzelnen bin ich nicht immer ganz sicher. deswegen bin ich jetzt gespannt. oh stimmt das war auch heute nachmittag. das war richtig cool. das waren die zwei eier die wir heute nach dem tag. bei einer großen spaziergehrunde noch ausgebrütet haben. das ist das pummelhof. und auch das ist ähnlich wie das dick da. sehr sehr cool. weil ich das nicht so häufig habe. und da habe ich mir das tatsächlich mit der namens benennung mal gespart. so die eier die jetzt kommen die habe ich ohne igi ausgebrütet. das habe ich zum beispiel aufgenommen als ich mit dem fahrrad unterwegs war. erzähle ich mal gleich dazu mehr. erst mal wollen wir mal gucken was drin ist. ein sternen du. ja sternen du habe ich ja auch schon ganz am anfang im ostpark ausgebrütet. hm. kriegt man in münchen so häufig dass es nicht so geil ist. das hier wird hoffentlich besser. komm 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 komm. sandan. das ist cool. das ist auch eines der pokémon was ich nur aus dem ei bisher habe. noch kein einziges in der wildnis gesehen. aber sehr sehr cool. und ich finde es auch total cool. möchte ich dann auch mal weiterentwickeln. mauzi. ja mauzi ist so mittel. sieht man ab und zu. auch nicht häufig. und vor allem hat es dann wieder gute iv werte. und jetzt kommt das vorletzte. das letzte hier in diesem abschnitt wo ich mit dem fahrrad unterwegs war. da ist das letzte das beste. hier noch ein krabbi das ganz nett ist. da war ich mit dem fahrrad unterwegs um nochmal mit dem rauchtrick paar sachen aufzunehmen. da gibt es demnächst ein neues video zu wo ich ein bisschen mehr erkläre. aber jetzt kommt das highlight. vielleicht das highlight des ganzen egg openings hier. ein fucano. wie cool ist das denn. dann ist es auch neu im pokédex wie ihr seht. ja ich hätte schon einmal eins gesehen dass es mir entkommen. nach einem wurf ist es dann einfach geflohen. deswegen war ich umso froh dass ich das vucano bekommen habe. und das hier geht gleich nahtlos weiter mit einem anderen. das waren fünf die ich auf dem ei ausgemacht habe. die waren immer anders her. ja krabbi wie gesagt die ganzen wasser pokémon goldini und stern du und quapsel und krabbi die ganzen passer pokémon. die kriegst du halt ohne ende in münchen. das war jetzt in der nähe von der leopoldstraße. da bin ich auf dem weg in die stadt gewesen als ich das ausgebrütet habe. da erinnere ich mich gerade noch dran. aber was genau drin war erinnere ich mich jetzt nicht unbedingt dran. ich weiß noch dass es das waren 8 eier oder so die ich ausgebrütet habe. ein blutzuck. blutzuck ebenfalls ganz cool. nicht ganz so selten. so mittel aber auf jeden fall seltener als die wasser pokémon. und da nehme ich mir auch mal die zeit das vernünftig zu benennen. so viel geduld muss dann schon sein. da sind echt irgendwie sieben oder acht eier. ich bin gespannt. selber für mich jetzt noch aufregend. weil ich schon wieder vergessen habe was da alles drin war. zack 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 weiter geht's. kleinstein. yes. kleinstein findet man selten hier in münchen so. von daher ist das ganz cool. und es gibt ja auch zwei weiterentwicklungen. von daher braucht man viele bonbons. also auch ein kleinstein immer gern gesehen. wenn das aus dem ei schlüpft. wo? das wo muss ich fast jedes mal mitsprechen. keine ahnung warum. wenn das erscheint geht nicht anders. mirabler. mirabler kann man nie so richtig böse sein. irgendwie das ist so süß. das ist auch ähnlich. das ist ein bisschen häufiger als ein kleinstein. aber trotzdem ganz gut. und auch da zwei weiterentwicklungen. von daher man braucht viele bonbons. und sauber. das ist auch richtig cool. das habe ich auch das erste. das erste dodo habe ich ebenfalls aus dem ei bekommen. tatsächlich habe ich inzwischen dann auch mal irgendwie ein zwei nochmal so gefunden. in der nähe vom ostpark. aber das ist trotzdem extrem selten. weil da ja dodo immer gern gesehen. das ist glaube ich alles fünf kilometer eier gerade. uuuuuh. das ist ja auch mal richtig gut. das habe ich. das erste machau glaube ich aus dem ei. das zweite habe ich gefangen. und das dritte ist glaube ich jetzt aus dem ei. man spielt das jetzt schon so lange. da vergisst man manchmal ob man die alle aus dem ei hat. oder manchmal wodo gefangen hat. und ein paras. ja paras auch immer okay. das ist ganz putzig. kann man irgendwie so richtig böse sein. ähnlich wie bei mirabler. auch wenn es jetzt nicht so. die große freude ist wenn man jetzt paras aus dem ei bekommt. das sind glaube ich die letzten zwei noch. die jetzt hier aus dieser session stammen. wo ich auf dem weg in die stadt war. guck mal. oh. komm 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 komm. was richtig cooles. manky. manky gibt es in der nähe der innenstadt an der iser. da kann ich einen platz wo relativ viele manky. wo man viele manky fangen kann. da bin ich aber nicht so häufig. von daher bin ich auch froh über jedes manky. dass ich aus dem ei bekomme. damit ich auch da eine coole weiterentwicklung mal bekomme. so das nächste o. go 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 go. oh wei. das ist sauber. da bin ich auch wieder. mit dem alter muss das sein. ich glaube das ist das zweite owei erst. zwei owei. jeweils aus dem ei. nie so gefangen. 26 bonbons kommt da auch ganz gut hin. diesmal habe ich ja 12 bonbons bekommen. beim ersten mal 14. das scheint mir ganz ordentlich zu sein. und das hat er level 20. ev habe ich noch nicht überprüft. aber bis ich da immer mal kokowai bin. dauert das eh noch ein bisschen. man sieht es hier auch gerade. da war ich am ostbahnhof unterwegs. in der nähe vom bordeauxplatz. wo man natürlich immer gut leveln kann. und auch mit den vielen pokestops. seine items wieder auffüllen. naja ein platz wo ich gerne unterwegs bin. und ein shigi. der ist sauber. shigi. ah das seltenste ist es gar nicht. shigi und glomanda sind beide finde ich recht selten anzutreffen. dass dieser samennest hier in münchen gibt. im ostpark. habe ich das am häufigsten. aber shigi auch ebenfalls sehr gut wenn er das so bekommt. und glomanda habe ich noch ein bisschen häufiger. weil glomanda ist hier im spot vorne. und zwar auch mein starter. von daher shigi eigentlich das coolste. was man so aus dem ei bekommen kann. enton. gleiche story wie beim stern duo und krabbi und so weiter. wasser pokémon in münchen gibt es ohne ende. ich behalte es trotzdem. benenne es ei. die iv werden überprüft. und irgendwann kriege ich wenigstens mein 100 prozent enton davon. da habe ich wenigstens da was von. so oh. da sieht man schon es war irgendwie dunkel als ich da unterwegs war. mancher weiß ich auch gar nicht mehr wann ich das genau aufgenommen habe. mit kleinen clips. ein tentacher. ja. ja. ich finde das irgendwie auch. das tentacher mag ich auch als pokémon schon nicht. das weiß ich nicht. das spricht mich nicht so an. das ist nicht so eins meiner lieblings pokémon. deswegen denke ich immer so ja. mein gott wenn ich es bekomme. das gehört zu den selteneren. aber so richtig. der freund schrei auch da nicht. wenn ich weiß jetzt kommt das letzte ei. und auch da. jetzt habe ich schon so gespoilert. auch da ist der freund schrei leider nicht so groß. weil. was ist es? es ist. es ist. ein ratfratz. ja. ratfratz ist natürlich totaler quatsch. das findet man natürlich ständig. aber es kommt halt aus dem 2 kilometer ei. und in diesem fall waren ja gar nicht so viele 2 kilometer eier dabei. die ich jetzt habe hier. die ich hier ausgeputet habe. es waren ja fast alles 5 kilometer eier. auch 10 kilometer eier mit dabei. war alles also schon ziemlich cool. naja. ein ratfratz kann man schon verschmerzen. zum leveln ist es nicht mal ganz so toll. wenn man schon aus dem 2 kilometer ei eins sehr häufig bekommt. dann lieber sowas wie horn view. und taub sie zum leveln. oder was cooles wie die starte. ratfratz. naja. das war es also wieder mit diesem egg opening. 30 eier wieder aufgemacht. war ziemlich cool. im moment bin ich so viel unterwegs mit dem fahrrad auch sonst. und mit dem hund. mit der gassi gehen und 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 und. also ich habe so viele eier die ich im moment ausbrüte. deswegen das nächste egg opening. lässt nicht lange auf sich warten. damit ihr es nicht verpasst. am besten abonnieren. und schaut auch recht. äh rechtzeitig. schaut regelmäßig in meine let's plays. und auch gerne in meine guide playlist. wo ich regelmäßig tipps und tricks zu pokemon go vorstelle. euch noch viel spaß im spiel. und ich hoffe wir sehen uns bald wieder. bis dann. bis dann. bis dann.